Sie hören »Das Wunder der kleinen Dinge« von Audrey Burgess, aus dem amerikanischen Englisch von Karin Dufner, gelesen von Dagmar Bittner, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Ein Aufbruch ins Ungewisse aus »Die Villa Lilliput der Myra Malone« 2015 Es war einmal ein Haus. Bevor Sie weiterlesen, halten Sie bitte einen Moment inne. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung, wenn Sie sich damit wohlfühlen, und denken Sie gründlich nach. Ich möchte, dass Sie den Ort besuchen, der Ihnen beim ersten Satz auf dieser Seite spontan eingefallen ist, denn mit ihm beginnt fast jede Geschichte, die ich als Kind gehört habe. Wenn Sie also ein wenig Zeit mit der Villa Lilliput verbringen möchten, sind diese Worte ein guter Anfang. Es war einmal ein Haus. Was für ein Haus sehen Sie, wenn Sie die Augen schließen? Wie viele Zimmer hat es, und wie ist es eingerichtet? Wo würden Sie schlafen, wenn Sie dort wohnen würden? Welche Farbe hätten die Gästehandtücher, und wie würden Sie am liebsten Ihren Tee trinken? Welche Musik würde von den Wänden wiederhallen? Kommt sie aus einer schicken Stereoanlage oder einem alten Grammophon? Falls Sie Märchen lieben, haben Sie sich vielleicht ein Steinhäuschen mit einer schmalen Rundbogentür ausgemalt. Einer, wo man sich ducken muss, damit man sich nicht den Kopf am hölzernen Rahmen stößt. Und wenn man ganz genau hinschaut, erkennt man möglicherweise die winzige Delle oben im Holz, wo zahlreichen Gästen eben das passiert ist. Vielleicht steht ja deshalb gleich neben der Tür eine mit Polsternägeln beschlagene, gemütliche Ottomane, auf die man sich fallen lassen und sich ein wenig den Schädel reiben kann, während man sich umsieht. Es könnte natürlich auch sein, dass Sie rein gar nichts für Märchen übrig haben. Das ist völlig in Ordnung. Meine Freundin Gwen hält auch nichts von Feenstaub und Lebkuchenhäuschen. Und deshalb ist das Haus in ihrem Kopf eben ein mondänes Anwesen am Strand, mit vielen Glasfronten. Nichts als glatte Flächen und helles Licht. Etwa so wie Supermans Festung der Einsamkeit. Nur mit einer ordentlichen Portion Prada und außerdem ein paar knackigen Pulpflegern als Dreingabe. Aus irgendeinem Grund hält Gwen einen Delfin als Haustier. Also lassen sie ihrer Fantasie ruhig freien Lauf. Schließlich hat jeder Mensch das Recht, sich seine eigenen vier Wände und die Schätze darin vorzustellen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wie sich Delfinkacke von italienischem Leder entfernen lässt. Nein, ich habe keine Ahnung, warum der Delfin auf ihr Sofa darf, aber ich fühle mich der Neutralität verpflichtet. Wie dem auch sei. Ganz gleich, was sie sich für ein Haus ausdenken, in dem sie ihre, es war einmal, Zeit verbringen möchten. Es gehört ganz allein ihnen. Und zwar, weil sie das so beschlossen haben. Sie haben freie Wahl, was Möbel, Bilder, die Konservendosen in den Schränken und auch die Knäufe an den Türen dieser Schränke angeht. Denn nur ihre Fantasie zählt. Und sie allein setzt ihnen Grenzen. Bei mir ist das genauso, nur mit einem einzigen großen Unterschied. Ich darf meinen Traum verwirklichen. Vermutlich bin ich da nicht die Einzige, denn manche Leute verfügen über beliebig viel Zeit und Geld, um ihre Wünsche wahrzumachen. Bei mir ist das anders. Ich besitze ein Haus im Miniaturformat. Und zwar ein ziemlich großes. Eine Villa, um genau zu sein. Die Villa, wenn ich sie im Text nicht hervorhebe, wird sie sauer. Diese Villa dient mir praktisch als Leinwand für eine ganz besondere Form der Kunst. Sie ist eine Galerie winziger Träume. Einige davon meine eigenen, andere geerbt und manche mir von Dritten, Freunden, Angehörigen und Menschen wie ihnen großzügig überlassen. Mit diesen Träumen darf ich eine ganze Welt bevölkern. Ich kann ein winziges Badezimmer mit einer Löwentatzenwanne voller Meerschaum erschaffen. Wenn ich den richtigen Geschirrschrank fürs Esszimmer nicht finde, mache ich mir einfach selbst einen. Denn meine Lehrmeister, mein Opa Lou und seine Frau Trixie, haben alle ihre Kenntnisse im Schnitzen, Malen, Bildhauern und Nähen an mich weitergegeben. Und was ich nicht von ihnen habe, habe ich mir selbst beigebracht. Ich weiß, welche Edelsteine wie Wasser aussehen.